hallo und herzlich willkommen zurück zu Kreative zwei Tage ist es hier habt ihr die letzte Folge gesehen und Klinzi ist auch dabei hi na wie geht's da draußen die Bauen vor den Bildschirmen ja hau mal die Adobe Breaks rein wir haben gerade ausnahmsweise wieder was auskühlen gemacht aber nur die Steine über die so schweiß ich hab gar keinen Platz alter ich muss mal so wegschmeißen wer ist ja komm 200 reichen erstmal glaube ich Kürcher Kürcher ich packe mal ein bisschen was zum Verbrennen da rein so die schwule Schule da woher alle so gerne hingeht das bauen wir heute oder die Leute die arbeiten hallo stimmt es gibt auch noch andere Leute die nicht zur Schule gehen denn Menschen die zur Schule gehen sind nicht normal ich habe einen Kommentar bekommen von einem Zuschauerschen Zuschauerschen Zuschauerlein naja von jemandem der zuschaut und er hat gemeint der die der die ich weiß gerade gar nicht genau er wird äh wir sollten noch die Holztische und Holzstühle machen wir werden wenn wir das Ding hier fertig gebaut haben uns das mal angucken und entscheiden uns dann ob uns das denn gefallen würde oder nicht wollen wir riesige Fensterfronten machen weiß ich nicht ob das so gut kommt bei der Schule machen wir nein nicht nur so ab warte mal wir machen so so haben wir jetzt eine Ecke erstmal machen wir mal drauf kommen aber ja so ja hier steht sowieso die Tafel hier kann dicht gemacht werden äh zack zack und zack zack das ist noch jemand 1 2 3 musst du es aber hier auch machen sonst gibt es doch kein äh 1 2 1 2 3 1 2 3 passt ja stimmt 3 müssen es sein so 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 fertig wurde ja hier machen wir zu immer 3 äh ich komme nicht ran warum kommt es nicht ran so jetzt jetzt kann ich auch rüber so jetzt ist die Frage 2 das Stockwerk oder nicht müssen wir anders machen das machen wir dann so machen das hier raus so wenn sie fällt mir das nicht tut mir leid man oder Leute was besser ist besser es ist verwirrt der Check das nicht doch gibt es auch alles gut alles richtig so oh es ist voll spät schon dass wir jetzt noch aufnehmen das ist ja auch schon um 4 ey ja man ich bin ein bisschen müde ja genau macht das man jetzt setzt man die Fenster ein ich gehe mal Dächer machen ja äh ne ich mache den Boden wir haben uns entschieden wir machen diese Stein äh diese Fenster hier rein ich merke schon wir sind ein bisschen verwirrt aber wir wollten gerade noch aufnehmen damit wir morgen eine Folge haben sonst hätten wir so mal Schäke Fenster das sieht aus wie ein Bunker das Problem ist YouTube verarbeitet gerade extrem scheiße joo gestern sollte eigentlich auch 7 days to die rauskommen tut mir leid dass das nicht gekommen ist ich musste Ersatz raushauen es hat zu lange gedauert leider war so kriegen wir da jetzt hier die komischen Fenster ich will mal gucken wie ich die Dächer mache Schöße wo gelben Dächer so ich habe ich ungewöhnlich weil ich ja da wo ich schon mal Adobe Bricks Yellow Pigment das ist so gut es lebt Sturmort okay ich glaube nicht dass wir gelben Farbstoff haben der Arten haben wir nicht benutzt so und ich habe mir so etwas benutzt es ist ja nirgendwo was drin hier da sind Chips okay ist das so was wissen es ist wahrscheinlich das Einzelne was ich die Tag hier ist gelber Farbstoff hier sind noch 200 Blumen oder so eine 100 Augenkreis alles klar die kommen in den Prozessor aber für was anderes dauernd aber erst mal doch für irgendwelche Tränke glaube ich irgendwo noch aber wenn man das ist alles wen interessiert es mal komm rein mit dir dann brauchst du ja ähnlich alle oder ich hab doch ich brauche ich brauche sie alle wo sind denn die ganzen Scheißdinger hin hier ist auch wie immer alles weg unbedingt aufräume wahrscheinlich ich 1 2 3 zack na komm zack 1 2 3 zack hier ist 50 Farbstoff gelber oh fuck fuck ja ich lösche nochmal alles da wo die sechs Kisten drinnen stehen da die ganz hintere das kann doch nicht sein wir haben noch wir haben wir da keine Dings mehr keine Stone Road so keine Stone Slabs mehr warte mal habe ich Stone dabei ich brauche ich brauche sie hier sind auch noch gelbe Dächer drinnen neben den Koffing-Tierbeformen so ein paar Stoffe solltren wir haben noch genug um Schäger holen schien ist gleich wie viel Fenster ich brauche noch mal ein paar ich mache noch ein paar stonerods, schadet ja nicht hier ist noch roter Farbstoff, den nehme ich mit so ja ich guck mal ob das reicht ich hoffe dass es reicht juhu so wir kommen dann so ein bisschen vorwärts du sagst rechte rechte kiste oder was ach da sind acht von denen wo ist der Farbstoff, weil wenn du reinkommst sind wir die sechs kisten vorne an der Tür und die ganze sind 50 und draußen Formlager sind auch noch mal welche ich glaube 50 reichen brauche ich jetzt noch ein paar wood slabs dann kriegst du auch immer da sind auch noch gelbe dächer vorne drin ne vorm Haus die habe ich schon gesehen acht stück ne ich habe schon eingesammelt nix drin keine wood slabs und ich das alles schaffe kommt morgen neben Oceanhorn, Creativerse, Minecraft, DTT noch also morgens hat er nicht ausgelastet hier bei mir auch im Kanal bei mir gibt es wie immer ein Video am Tag das auch keine ständige konstante was mache ich denn hier überhaupt ich dachte denn kommt zu und wir offen gelassen ich dachte du musst hier zu kinder Wiener was wie offen ich habe nicht sicher darüber wenn ich habe einen Arsch offen oder was da wo die Tafel sein sollte was so zu machen ach so ja stimmt ja mach mal zu nehm mal nehm mal den Arsch zu oh man ich habe Hunger alter Schwede ich muss gleich was essen was du willst oder im Spiel äh im Spiel Hunger? weiß ich nicht, das funktioniert nicht ja das ist bei Seven Days to Die da habe ich auf und so mal Hunger ach das war es schon wieder aber es müsste auch reichen für heute das müsste reichen 88 schnell hinsetzen so groß ist das Ding nicht wups hoch Entschuldigung ich glaub nicht ich mach auch noch wir brauchen auch noch Boden ne und wir brauchen auch noch komm Pixi gimme dir auf den Sack so da jetzt einen reinsetzen ein C drücken äh falsch du musst einmal nö ok Leute 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 von heute mach unheiliges Defi komm hier zack auch nicht ok muss ich mir anders überlegen muss ich machen so so hoffe oh ich hab's fertig geschafft geil geht das? das geht nicht oder? nein das geht nicht und hier würde ich ach komm machen wir anders machen wir auf die einfache Art und Weise und die einfache aber aber auch komplizierte Art und Weise welche Türen hättest du denn gerne in die Schule? grüne Türen bitte grüne grüne? ja ja mach mal die Holztüren rein die sind grün ok ich hol mal welche die finde ich gar nicht schlecht die finde ich gut warum sind die bei dir grünen? die sind doch grün wenn ich mich recht erinnere Holztüren? ja und braun ja aber mit einem grünen Innenleben da was ist denn im Innenleben? ich weiß nicht ob wir sowas noch haben bring mal Herde mit ich brauche das als Gerüst bitte was brauchst du? ich brauche ein Erdgerüst für das Dach machen für das Dach machen Bienenwachs und Sto Holzwort ähm bin voller Kälte irgendwie ich weiß auch nicht warum naja Paco was machst du nur? so so und wir brauchen was habe ich gesagt? Bienenwachs und Holzwort Holzrotz 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 jetzt ist mir die Dirt ausgegangen nehm ich halt Grass hier ist noch ein Holztürstück ich werde mit dem zu testen nachher ohne Bohr ohne Bohr eigentlich ist alles schiefgelaufen heute Leute wir wollten eigentlich heute die ganze Zeit schon kreativeres auflegen ja jetzt haben wir Troubled Terrorist doch noch aber dann haben wir eine spontane Anfrage gekriegt hey habt ihr nicht Bock auf TTT? jawoot und dann muss ich installi- ach komm und dann muss ich installieren die ganzen Dinger weil der eine der die Map postet der hat alles was es in TTT gibt runtergeladen und dann saß man da stundenlang und dann hattest du nicht mal counter-strike-series installiert das kam ja auch noch dazu das war nur 2,4 GB das hat für 3 GB ja das war das größte das stimmt ähm haben wir wie mache ich nochmal Stonerotz einfach nur mit Holz ne? Stonerotz mit Holz? Woodrotz meinst du? ja ja guten Morgen Paco guten Morgen die Kunde 20 Sekunden woher krieg ich was Neues für das ist ein ganzes Stapel das ist ein alles klar alles klar da ist klar dann geht hier jetzt hoch und so tschüss alter tschüss 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 das ist doch schon mal was das ist doch schon mal was da kann man drauf aufbauen nämlich ein Dach zum Beispiel so das sind jetzt noch das sind zu wenig ja nämlich Adobe Bricks mir doch egal ah hier fehlt auch noch je einer so die Schule ist soweit fertig? ja mit dem Erddach ich mein vom Gerüst her also vom unten äh ach komm Rockstar I wanna rock ok ja bitte ist das hier richtig? ja eigentlich schon mein Inventar ist so voll dass ich nicht weiß wo ich irgendwas hinschmeißen soll mhm alles sinnvolle Sachen gelöst ja du bist ein Sack der Sack hat ein Sack liegen ja das kann das noch weg machen und damit nehmen boah Sebastian ich werde auf dem Platz wo? zwei so jetzt hier weiter Dach bauen ist Dach bauen das kennt ihr ja schon von mir in Creativerse ich baue oft Dächer ja deswegen bin ich da mittlerweile auch schon so gut drin das dumme ist nur ich es wird nicht reichen niemals ist ja jetzt schon auf 20 runter scheiße ja ich bin voll runtergefallen da wissen wir los wie das mal aussieht was denn? das war der Tipp was wir das so ach so soll ich reinkommen? da ist gar kein Tisch es ist voll dunkel hier da sind die Stühle aussehend guck mal ich mach noch Licht hier doch den Ball soll ich mal? ok ja gut hast du auch einen Tisch? leider nicht gerade bei besser aus und wenn wir sind die kleiner kann das sein? sind die kleiner? oder winzig aus? ein kleines Stück sind die wohl kleiner wenn überhaupt doch die sind die sind die haben nicht so viel Volumen ne? upsala ok warte wie sieht das aus? ich krieg gleich Schüttelfaust ich bin schon wieder auf dem Dach hallo Pix Liffi ja wir werden dann testen würde ich sagen in der nächsten Folge in der nächsten Folge wie es aussieht ja kommen hier zack nervt nicht ich weiß nicht was haut mich denn jetzt schon wieder das andere Liffi ja ich machs kaputt ich machs schon kaputt okay so gut ich würde sagen wir bedanken uns an der Stelle für die Folge zum Zuschauen ja vielen Dank fürs Zuschauen ihr Leute da draußen gebt noch einen Daumen hoch wenn euch das Video gefallen hat und schaltet nächstes Mal wieder rein das wäre echt cool fände ich echt toll und freut euch auf die anderen Folgen die noch kommen machts gut wiedersehen tschau tschau